treppen sind von der anderen seite ist doch irgendwo ich weiß auch nicht die haben alle ausgeschaltet hier unten kommen wir nicht rein in dem komischen ok jetzt den sprengstoff an den munitionslagern an den munitionslagern wer soll auf die idee kommen da minen zu suchen in der ecke da das ist doch naja gut jetzt müssen wir die munitionslagern suchen guck mal trotzdem mal hier hoch ob wir nicht noch irgendwas übersehen haben gut bis auf munition die wir eh noch haben hallo hey was soll denn da ist okay da kommt man nicht weiter der kommt natürlich noch weiter warum kommt er nicht weiter immer solche koalitionsabfragen es ist auch nicht mal feierlich gut die zählte ja die scheint ziemlich leer zu sein bis auf ja munition und die denn gut geschossen jetzt weißt du das weil was schwerer beschuss ist so wird dann braucht man nicht munitionslagern auch hier oben sind auch noch zählte au äh da fließt denn ja hörst du so da fließt ja noch wer so zwei zum preis von einem Oh, sehr gut. Siebenbeschuss war aber noch. Jetzt. Ich weiß gar nicht, was schwerer Beschuss ist. Jetzt war mal dasselbe Problem hier. Hm? Ah. Ach, da hinten noch. Aber, aber, so weit sagt man doch nicht. Äh, hallo? Okay, ja gut. So. Äh. Ach so, ich habe sowieso keine Munition mehr. Jetzt habe ich ja Minen, die soll ich ein Munitionsdepot einbringen. Okay. Äh. Aber, wo sind die Munitionsdepots? Oh, was? Ach, da. So. Äh. Jungs, ich wollte euch empfehlen, ja, rauszugehen. Okay. Munitionsdepot ist angelegt. Aber, was passiert jetzt? Äh. Ach, nee. Äh. 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 Gibt es da irgendeinen Satz unter, oder was? Sind das überhaupt nur die Beine? Und dann kommen wir, ja. Äh. Was gibt es hier? Nö. Ach so. Aber die müssten doch eigentlich von rechts wegen alleine hochfliegen, oder? Letztes Mal sind sie doch auch hochgeflogen. Äh. Nö. Muss ich denn noch irgendeine Taste drücken? Nö. Pass auf! Nö. Ja, jagen sie die Vorratslager in die Luft. Das bin ich ja gerade dabei, aber irgendwie, ja, wollen die sich nicht in die Luft jagen lassen. Das ist doch. Ja, 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 ja. Entschuldigt, ich muss da noch mal reingucken. Äh. Granaten. Granaten. Werfen. Premier. Feuer. Waffe. Ersweh. Nachlauen. Wärme. Böden. Luger. Aktion. Sprint und zu. Tja. Was passiert, wenn ich hier die Wärmeböde mache? Passiert auch nicht viel. Okay. Der soll ich die beiden Munitionslager, weil ich jeweils eine hingelegt. Ach, da hinten ist noch eins. Ach. Das war ich ganz übersehen. Dadurch wird das auch wahrscheinlich noch nicht so richtig funktionieren. Ringen wir uns in Sicherheit und jagen diese Babys in die Luft. Jawohl. Wow. Okay. Sie haben ein Dräufe verdient. Angebot und Nachfrage. Wow. Was war ein Kraterchen? Hey. Sind sie so offen oder was? So. Ach. Okay. So. So. Mal auch noch ein bisschen Munition bekommen von der anderen. Für die anderen. Nicht für die, aber für. Jawohl. So. Gefällt mir doch das schon besser. Was muss man denn jetzt machen? Ja. Bleib stehen. Und hau nicht Schumwäller ab. Da kommen sie. Ja. Kommt wo? Da kommt um Rassia. Und grün nicht ja rum. Ist ja furchtbar. Junge, wie die alle fliegen gelangen. Das ist Wahnsinn. Äh. Geht's denn jetzt hin? Wieso muss ich hier jetzt mal alleine doch einlautschen? Also mal. Von mir Arzt. Also mal kröte man dauernd ja rum. Hä? Wo ist denn hier einer? Ach. Jetzt kommt ich ja nicht mal hoch. Was ist denn hier? ach da ist von hier unten irgendwo ist da noch drinnen jetzt verstehe ich da jetzt entschuldigt noch mal die mal okay das jetzt leider habe ich keine munition mehr den du ärgert mich ja nicht noch ja aber so wirklich kommentant oder ich glaube lieber noch ja was man hier was jetzt als nächstes kommt ok hallo so gerade noch gelenkig wie im tod das ist irgendwie rückwärts geschrieben wie es aussieht oder ja 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 ja